Musik Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tourist Bus Simulator, dem Reisebus Simulator. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir ja diesen Dauerauftrag angenommen und sind hier von Castillo Caleta del Fuste nach Antigua und dann nach Casillas de Ancre gefahren. Ich hoffe, er ist richtig betont. Und heute fahren wir wieder zurück die Tour und nehmen die anderen Fahrgäste wieder mit. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. So, ich würde sagen, wir machen mal soweit alles stark klar. Türen zu und dann geht sie los, die wilde Fahrt. Und wieder hier in dieser Woche mit zwei Folgen. Ich habe es letzte Woche leider nicht ganz geschafft, zwei Folgen aufzunehmen. Große Sorry nochmal dafür. Ist sowieso in dieser Woche leider ein bisschen abgespeckter Sendeplan. Wir schauen mal, wie es in der nächsten Woche wird. Und ja, heute kommt noch eine neue Folge. Und am Sonntag, glaube ich, kommt noch eine neue Folge. Weiß ich jetzt noch gar nicht, wie ich das im Sendeplan eintragen werde. Auf jeden Fall fahren wir jetzt weiter hier auf der Insel Fuerto Ventura. So, wenn wir mal kurz abbiegen. Ah, der Kollege kann hier... Ja, er fährt ja voll in mich rein. Das ist natürlich auch toll. Schön in mich reingefahren hier. Ja, wow. Läuft bei ihm. Jetzt dreht er noch so komisch. Läuft. So. Das heißt, unser Bus ist jetzt wieder hinüber. So, ich habe hier ein neues Setup. Das heißt, falls hier noch vom Ton her noch nicht so alles passt, gebt mir da mal bitte ein Feedback. Ja, großes Sorry. Ich bin gerade noch ein bisschen was am Austesten hier mit der neuen Mikrofomposition beim Fahren und so weiter. Deswegen kann sein, dass das eine oder andere vielleicht noch nicht ganz so optimal ist. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall schon besser als mit diesem Rauschen, was wir in den letzten Folgen hatten. Das habe ich soweit jetzt ausgemerzt. Ich nutze auch jetzt nicht mehr dieses Kopf-Mikro, sondern mein Standard-Mikro, was ich auch für alle anderen Videos verwende. Und ja, cool. So, da sind wir wieder auf der Insel und werden jetzt hier durch die Bergpässe fahren und unseren Weg bahnen in Richtung Heimat, um den Auftrag dann abzuschließen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Runden wir hier fahren müssen. Und wir haben noch ganz viel zu entdecken. Ihr habt auch ganz, ganz viele tolle Kommentare geschrieben dazu, was es hier alles noch zu entdecken gibt, dass wir uns mal ein bisschen hier bewegen sollen und so weiter. Das werden wir alles nach und nach machen und werden dann die Insel so ein bisschen erkunden, werden auch noch größere Aufträge haben. Ihr habt euch auch gewünscht, dass wir den Bus umlackieren, dann hier so ein paar Geheimnisse lüften und so weiter. Das wird auf jeden Fall alles noch kommen in den nächsten Folgen. Und da bin ich mal gespannt, was wir dann noch so alles hier erleben werden. Also sonst habe ich glaube ich wieder eine Tastendoppelbelegung, da muss ich nochmal checken. Nicht, dass hier irgendwas passiert, sich eine Tür öffnet und so weiter. Das werde ich nochmal checken in den nächsten Folgen. So, jetzt sind wir gleich bei unserem ersten Haltepunkt. Da werden wieder einige aussteigen. Einige werden auch wieder neu einsteigen. So, es geht recht zügig hier voran. Wir könnten hier ein bisschen schneller fahren, aber ich bin da eher vorsichtig. Hier ist zwar alles soweit frei. Und ich hoffe, dass wir hier auch alles zur Zufriedenheit unserer Touristen oder unserer Gäste hier, das ist glaube ich eine Linienfahrt, die wir jetzt auch öfter durchführen können. Und wir müssen die Strecke glaube ich einmal abfahren, so wie ich das verstanden habe. Und dann können wir unseren neuen Angestellten Busfahrer nutzen. Um den dann hier auf der Linie einzusetzen, sodass wir auch zusätzliche Einnahmen haben. Uns dann auch gegebenenfalls dann nochmal einen neuen Bus gönnen. Und ja, da haben wir noch einiges vor. Und werden das dann nach und nach auch erkunden, freischalten und so weiter. So, jetzt müssen wir mal kurz den noch einmal durchlassen. Dorado Bar Cafeteria. So, gucken wir mal kurz hier, ob wir hier rumkommen. Ich glaube, da müsste passen. So, mal kurz hier in den Spiegel gucken. In den Spiegel, ob das passt. Da müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Oh. Ach, Leute. Fährt er einfach vor wieder, ne? Also, das finde ich manchmal auch... Obwohl ich da eigentlich schon drauf geachtet habe, fährt er dann trotzdem weiter, ne? Aber naja. Er ist so, wie er ist. So. Zack. Türen auf. Dann begrüßen wir mal unsere neuen Fahrgäste. Hola. So. Servus. Salut. Hello there. Mahlzeit. Kommen Sie rein. Gucken Sie raus. Guten Tag. Ich begrüße Sie. Moin. Mahlzeit. Guten Tag. Oh, da kommen ja hier einige rein. So. Dann können wir weiterfahren. Und wir werden jetzt zurückfahren. Mal die Feststellbremse lösen. Hinter uns ist frei. Sodass wir dann auch direkt weiterfahren können. Ja, ansonsten. Am heutigen Freitag gibt es auch wieder Livestream auf Twitch. Ne? Eine Runde Garden Flipper ab 20 Uhr. Da würde ich mich auch freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und ansonsten, wenn ihr es nicht schafft, könnt ihr das natürlich noch nachträglich immer nochmal schauen. Homer Y und T. So findet ihr mich. Das O ist eine Null. Vielleicht nochmal kurz als Info. Hab auch alles in der Videobeschreibung verlinkt. Oder oben rechts in der Kanal-Info. Da ist auch nochmal ein Link auf unseren Twitch-Account hier. Und am Samstag gibt es eine Runde LS19 wieder von der Südhämmern. Die große Spargel-Ernte geht weiter. Da haben wir ja beim letzten Mal, also am Mittwoch, richtig viele Einnahmen erwirtschaftet quasi. Und am Sonntag geht es dann auch ab 18 Uhr am Samstag, am Sonntag, am Sonntag dann wieder mit dem ETS2 weiter. Und da werde ich dann auch verkünden, wann der nächste Multiplayer stattfindet. Also der Multiplayer, also Truckers MP, wo wir uns treffen und wann wir losfahren und so weiter und so fort. Und da würde ich mich auch freuen, wenn ihr... Ja. Ey, was ist denn das hier, ey? Ich hab doch Vorfahrt. Mann, Mann, Mann. Ist ja Pleiten, Pech und Pannen heute hier, oder wat? So. Guck mal, Screen hier. Mann, Mann, hat er uns ganz schön die Vorfahrt genommen hier, ne? Müssen wir echt aufpassen, wenn wir hier weiterfahren. So. Ah, so kleine Bars hier außerhalb, ne? So ein paar kleine Finkas. Aber alles sehr, sehr weitläufig. Ah, ein Restaurant. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich auch bald mal eine Butterfahrt hin machen. Und da werden wir auf jeden Fall auch nochmal vorbeischauen, wie viele, viele andere Aufträge, die wir hier auf jeden Fall noch abzuschließen haben. Ich fahre nur nicht mal so schnell, ne? Und... Naja. So, wir sind gleich schon am Ziel. Da vorne rechts sehen wir schon unten in der Navi-Anzeige. Das heißt, da werden wir die Fahrgäste dann abgeben. Ich weiß nicht, ob wir noch eine Runde fahren müssen. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, es geht einmal nur hin und einmal zurück. So wie ich das verstanden habe. Und... Da hinten haben wir, glaube ich, einen kleinen Clipping-Fehler, ne? Was ist da? Sieht irgendwie komisch aus, da hinten. Irgendwie so ein bisschen abgeschnitten. So. Von hier einmal rum. Und sonst sind die Fahrgäste so innerhalb des Busses, beschweren sich gar nicht. Das ist schon mal gut, ne? Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie sie die, ähm... Wie sie die Unfälle so wahrnehmen. Achso, das Wasser. Okay. Gut. So, jetzt müssen wir gleich rechts da oben. Da ist auch eine Tankstelle. Da müssen wir auch mal drauf aufpassen. Dass wir natürlich hier nicht leer laufen mit unserem... Mit unserem Bus. Waschanlagen gibt es hier auch. Verschiedene... Verschiedene... Punkte zu entdecken. Es lohnt sich auch, habt ihr gesagt. Da gibt es noch mal so ein paar... Halt mal kurz an hier. Ob hier irgendeiner weiterfährt. Ne, die biegen alle ab hier, ne? Jo. So, da können wir jetzt hier wieder rausfahren. So, dann gucken wir mal weiter. Hier geht es raus. So, eben ist der Horizont da hinten komisch. Warte mal kurz. Ich muss mal kurz was in der Einstellung gucken. Irgendwas ist da gerade ein bisschen komisch. Hör ich alles hier auf. Episch, 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 episch. Komisch. Gut. Dann fahren wir mal weiter. Ach, das ist das. Ich glaube, das ist Wasser, ne? Grandes Playas. Ah, ja. So, jetzt sind wir gleich am Ziel. Und ich glaube, dann ist da auch Ende. Weil dann nämlich, glaube ich, keine weitere Navigation stattfindet. Und da bin ich mal gespannt, was wir dann als nächstes machen. Hier mit unserem, ja, Reiseunternehmen. Was wir hier gegründet haben. Das heißt, wir fahren jetzt hier einmal wieder raus. Und fahren hier am Kreisverkehr direkt raus. So. Dann hier einmal rechts ab. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ein bisschen langsamer fahren. Guck mal kurz. Kommt da irgendwas? Nö. Das passt soweit. Und dann noch gleich einmal links. Caleta de Fuste. Da sind wir wieder. Upsa. So, dann müssen wir hier links rein. In der Hoffnung, dass es gerade kein Verkehr kommt. Oh, da kommt gerade wieder einer. Lassen wir erst mal vorbei hier. Da kommt noch einer. So, komm, fahr. Fahr zu hier. Ja, komm, fahr jetzt hier. Mensch. Aber da kommt noch einer. Und da kommt jetzt von vorne noch einer. Ja, moin. So, ich fahr jetzt einfach hier mal rum. Und den geht jetzt hier mal ein. Och, ey. Die fahren da einfach weiter. Das ist echt. So, dann müssen wir ein Stück zurück hier. Dass die da einfach weiterfahren, ne? Gut, ich habe jetzt natürlich die Kurve nicht optimal genommen. So. Jetzt fahren wir hier einmal weiter. Boah. So. Kommen wir hier so langsam rum. Weil das die dann auch einfach auf die Kreuzung abbiegen. Das riecht mich jetzt gerade so ein bisschen auf. Ich glaube, man merkt es auch kaum, ne? So. So. Lass alle Passagiere aussteigen. Wir haben den Auftrag erfüllt. Weil der muss jetzt wahrscheinlich, äh... Ja, der müsste das mal sauber machen. So, jetzt steigen hier alle aus. Die sind ja auch froh, dass sie, glaube ich, ausgestiegen sind. So, dann geht es wahrscheinlich wieder zurück zu unserer Firma. Guck mal, hier stehen da immer noch alle. Hier steht da immer so halb auf der Kreuzung. So, sind jetzt alle ausgestiegen? Ne, da steigen noch ein paar aus. Hätte ich vielleicht ein bisschen näher ranfahren sollen. Ich wollte einen Schluck trinken hier. So, alle Haltestelle wurden angefahren. Keine Fahrgäste wurden an der Haltestelle zurückgelassen. Fertig. Fahre zurück zum Firmegelände. Das machen wir jetzt auch. So, wir gehen mal wieder rein. Wir machen alle Türen zu. Feststellbremse lösen. Und wir haben Level 2 erreicht. Okay, was das heißen mag, das werden wir wahrscheinlich gleich sehen. So, hier ist auch wieder viel Verkehr. Na komm, jetzt fahr da. Sehr gut. So, jetzt kommen wir hier auch rum. Da stehen auch Leute. Ja, moin. So, dann fahren wir jetzt hier gleich wieder rechts. Oh, ist ein riesen Hotel hier. Hier haben wir ein Stoppschild. Da halten wir natürlich pflichtbewusst an. Und jetzt fahren wir ja mal rum. Wir werden dann wahrscheinlich auch mal hier so Hotelfahrten machen. Vielleicht bin ich auch einfach wieder ein bisschen zu ungeduldig heute mit dem Fahren. Das kann natürlich auch sein. Ich bin ja jetzt längere Zeit nicht gefahren hier mit dem Bus. Da muss ich vielleicht mal ein bisschen Piano wieder machen. Ihr werdet mir wahrscheinlich schreiben oder sagen, oh mein Gott. Was ist denn da schon wieder los? Oha, das ist hier... Oh, jetzt parkt da doch ein LKW. Was ist denn da los? Komm mal schnell rum hier. So, fix rum hier. Das hat so gerade eben funktioniert. Ihr habt Stopp hier, Leute. Ihr müsst warten. So, haben sie ausnahmsweise mal gehört. Der fährt einfach drüber, aber Stoppschild hier. Der ist ja mutig hier. Die haben wir ganz schön hier einen Fahrstil, ne? Auf der Insel. So, dann müssen wir wahrscheinlich gleich den Fahrer einsetzen. Bisschen langsamer hier. Gucken wir mal wieder rum. So. Und weiter geht's. Da müssen wir gleich wieder raus. Deswegen blinke ich schon mal hier. Nicht, dass noch ein Unglück geschieht. So. Jetzt können wir wieder ein bisschen Gas geben hier mit unserem Bus. So, und fahren zurück zu unserem Viergelände. So. Gucken wir noch mal ein bisschen hier. So. So, da geht's jetzt hier rum. Habe ich wieder einen sportlichen Fahrstil hier. Gucken wir jetzt wieder hier so Kreisverkehr. Kreisverkehr haben wir echt hier viel. So, bremsen wir mal. Läuft schon ganz gut hier. So, dann fahren wir hier mal rein. Fahren wir hier einmal rum. So. Mal gucken hier. Einmal blinken. So, dann geht's zurück. Zu unserem Gelände hier. Oh, hier wird fleißig gebaut. So. Oha. Da geht's aber richtig schön bergab hier. Müssen wir mal gucken. Nicht, dass wir zu schnell sind. Nö, das geht. So. Fahren wir hier am Flughafen vorbei. Ein bisschen bremsen. 2,99 da vorne, aber ich trau dem Braten nicht. So. El Matolal. Da sind wir wieder. Ich finde eben immer so geil. Jetzt müssen wir hier rechts. Glaube ich. Jo. Hier raus. Und dann einmal rum, glaube ich. Und dann da hinten wieder wenden. Und einmal drehen. Mal kurz gucken hier. So. Schauen wir mal kurz. Ah, genau. Im Kreisverkehr. Und dann hier. Ah, ja. Okay, gut. Das passt soweit. Mal kurz gucken hier. Nicht, dass jetzt hier einer kommt. Nö. Das passt soweit. So. Dann werden wir einmal wenden hier. Am Kreisverkehr. So. Und dann gleich die Ausfahrt nehmen. Zu unserem Firmengelände. Ja, ansonsten freut es mich, dass täglich immer weitere Zuschauer mit hinzukommen. Vielen, vielen Dank nochmal. Ja, dass ihr auch hier ein Abo dagelassen habt. Und nochmal viel, vielen Dank an alle die, die schon sehr, sehr lange mit dabei waren. Oder dabei sind. Habe ich Waren gesagt? Nee, die sind immer noch mit dabei. So. Natürlich ist es auch so, dass man nicht immer es allen recht machen kann. Der eine sagt, mach hier mehr davon. Der eine sagt, mach hier davon mehr. Und ja, ist immer ein bisschen schwierig. Da jeden Geschmack zu treffen. Und auch so, ja, so das Balancing vom Gaming zu haben. Wir haben jetzt noch zwei Fahrsimulationen. Hier haben wir ETS, ATS und also einmal LKW-Simulation. Und einmal eine Bus-Simulation. Ich denke mal, das ist erst mal ausreichend, würde ich jetzt sagen. Und dann haben wir noch Cooking-Simulator mit am Start. Garden Flipper haben wir. LS haben wir mit dabei. und viele, viele andere coole Games. Wie Farmers Dynasty zum Beispiel, ne? Haben wir auch schon ganz, ganz viele Folgen. So, jetzt sind wir gleich bei unserem Firmengelände. Das ist mich hier gerade aus. Die Autos parken hier, wie sie wollen. So, jetzt fahren wir hier mal wieder zurück. Und da sind wir auch schon an unserem Firmengelände angekommen. Jetzt werde ich da mal hier so links rausfahren. So, Parker auf dem Hof und steige aus. Das machen wir jetzt. Ich parke jetzt einfach mal hier so. Oha. Vor. So, machen wir die Haltestellenbremse rein. Das. Tür auf. Und machen hier alles aus. Steigen hier einmal aus. Betreten das Büro. Bus machen wir zu. Und dann laufen wir da einmal rüber. So. Guten Tag, hallo. So, öffnen wir den Schichtplan, um den Mitarbeiter diesen Auftrag permanent zuzuweisen. Okay, das machen wir jetzt. Schichtplan. Ah ja. Nachdem du in den Auftrag erfolgreich selbst gefahren bist, ist er nun zertifiziert. Ja gut. Fahrkünstlich hoffe ich, unser Fahrer fährt da besser als ich. Das ist zwingend erforderlich. So. Das heißt, wir müssen ihn mal fahren. Und dann können wir denen das zuweisen. So, jetzt können wir, glaube ich, hier auf das Fahrzeug. Ich bin ja Klaus Müller. Armin Heckmann, der ist schon besser. Seht ihr? Level 3. Und den können wir jetzt hier zuweisen. Und jetzt fährt er permanent die Strecke. Ich glaube, das war es, ne? Oder? Kann ich jetzt hier wieder raus? So. Das Management. Gehe zu einem anderen Computer. Äh. Ah ja. Inventar. So. Klicke auf diesen Button, um aktuelle Vorrat an Snacks und Getränken für Sightseeing-Touren anzuzeigen. Ah ja. Sightseeing-Touren, Heizdeckenkauf und auch Wolldecken und so weiter. Durch klicken auf diesen Button kannst du aktuelle Ersatzteile bestellen für die Fahrzeugreparatur. Ah ja. Okay. Gut. Bestandsübersicht. Okay. Hier haben wir Nahrungsmittel. Wir haben nichts drauf. Wir haben auch keine Ersatzteile. Okay. Dann gehen wir wieder raus. So. Gehe zum Aktenschrank. Das machen wir doch. So. Klicke auf diese Button, um verschiedene Vertragsarten anzuzeigen. Du hast die Wahl zwischen Kfz-Versicherung, Verlustversicherung für nicht abschließen, schließbare Aufträge aufgrund erkrankten Personals. Okay. Das ist wichtig. Verträge für WLAN an Bord. Okay. Das müssen wir auch noch verhandeln. Und Verträge über Ersatzteillieferungen. Durch klicken auf diesen Button wechselst du in die Spalte für abgeschlossene Verträge. Klicke auf diesen Button. Und den Vertragsarten wozu gelangen. Okay. Das heißt, hier können wir dann Versicherungen machen, Verlust, WLAN-Services. Ach guck mal, wir können ein paar Gigabyte dazu. Was? 99 Euro für 10 Gigabyte die Woche? Ah ja. Ich dachte hier schon, in Deutschland sind die Preise teuer. So. Ersatzteile haben wir auch. Lichtblinker und so weiter. Das haben wir auch. Okay. Jetzt können wir hier raus. Gehe jetzt zum Taschenrechner in den nächsten Raum. Ah ja, hier. So. Jetzt haben wir hier den Taschenrechner. Finanzen. So. Ich klicke auf die Schleife, hier erhältst du eine Übersicht über aktuelle Einnahmen. Okay. Wenn du weitere Details für den Einnahmen oder Ausgaben anzeigen möchtest, klicke auf den entsprechenden Button. Mit diesem Button kannst du neue Kredite. Ah, genau. Kredite. Aha. Das ist ja was für mich. So kann ich wieder Geld ausgeben. Das heißt, wir haben aktuellen Betrag. Haben wir 60.000. Das sind unsere Einnahmen. Das war unser Startkapital. Einnahmen in den letzten sieben Tagen. 1.500 Euro. Wöchentliche Ausgaben. Ah ja. Okay. Ja gut. Der fährt jetzt die Strecken. Wir fahren auch noch Strecken. Das heißt, da werden wir auf jeden Fall ein bisschen Einnahmen haben. Das sind die Einnahmen. Wir haben noch einen Kredit. Okay. Ausgaben. Kredite. Oh, effektiver Jahreszins. 3%. Läuft. Und da können wir einen neuen Kredit beantragen. Gut. So. Okay. Gehe zu Pinnband in diesem Raum. Das ist die Pinnband. Das ist die Statistik. Dieses Schafel hier gibt den Überblick über deine persönlichen Leistungen und deines Unternehmens. Klicke auf den Button, um Berichte der letzten Aufträge anzuzeigen. So. Gehen wir auch da mal hin. Abgeschlossen. Touren 3. Fahrer 1. Fahrzeuge 1. Klaus Müller. Müller Reisen. Wertungen 15,5%. Was das auch immer sagen möchte. Ah, ja. So. 9. 6. Alle Haltestellen wurden angefahren. Keine Passagiere muss das schnell zurücklassen. Bus Status 97%. WLAN-Service 0%. Klimalage, Essen, Getränke, Radarkontrollen. Okay, Bus Status 92%. Aha, aha, aha. Unfälle 5. Mhm. Da muss ich wohl ein bisschen ruhiger angehen, die Fahrt. Okay. Gehe aus dem Büro heraus und betrete die Werkstatt. Oh, ja. Äh, nein. Wir wollen nicht im Kopierraum. Sondern wir wollen mal die Werkstatt betreten. Die gucken wir uns auch mal an. So. Ah, ja. Da ist die Werkstatt. So ein bisschen Sightseeing-Tour hier. Äh, hallo. Werkstatt. Wo muss ich hier rein? Ach, da geht's rein. Okay. Guten Tag. So, da sind wir wieder am Heim- und Handwerker. Äh, nee. Hier, Kfz-Mechanika-Simulator. Okay. Bus Reparatur. Äh, hier wäre die Liste der reparenden Fahrzeuge angezeigt. Klicke auf die Fahrzeuge, um weitere Optionen anzuzeigen. Der linke Button zeigt den Allgemeinzustand. Der mittlere Wartezeit steigt. Äh, den Zustand der einzelnen Fahrzeugteile. Und dann das Reparaturmenü. Okay, das ist gut. Wenn wir jetzt hier draufdrücken, können wir... Ölwechsel müssen wir machen. Bremsbelagwechsel. Bauteil. Oh, Karosserieschäden. Reparaturen. Aha. Ach, da müssen wir auch hinfahren dann. Okay, das ist nicht schlecht. So, gehen wir raus. Mechaniker können wir später auch noch einstellen. Wow. Ist ja richtig gut. So, geh in dein Auto. Ah, ja. So, dann machen wir mal. Wir gehen mal in unser Auto. So. Dann werden wir jetzt irgendwo hinfahren wahrscheinlich, ne? Gucken wir mal. So. Äh, hallo. Ist schon mal ein Auto, oder? Ah ja, C. So. Öffne die Karte. Mhm. So. Um dir einen Wegpunkt zu setzen, klick auf die Karte. Aufsicht ist es möglich, während des laufenden Auftrages suche, nach dem Symbol einer Garage zu schließen. Okay. Aha. Eine Garage. Jetzt. Hä? Verstehe nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Ach so. Da ist das Garage-Symbol. Gewerbe-Gebiet. Da müssen wir hin. Okay. Garage-Symbol. Das heißt, da fahren wir jetzt hin. Okay. Jetzt gucken wir mal. So. Fahrer zu Garagenhallen. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war es erstmal wieder hier mit einer Folge zum Tourist Bus Simulator auf Fuerteventura. Wir fahren jetzt gleich zu den Garagenhallen. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ja, ich sag mal, bis dahin. Tschö, tschö. Tschö, tschau. Bye, bye. Euer Busfahrer, der Klaus Müller. Tschö.